Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Heroes of the Storm. Hallihallo. Ja. Geil, es hat schon einer das Spiel verlassen. Akkurat. Von uns, oder? Ja, unser Malfurion. Ist aber wieder da. Hat aber Glück gehabt. Wer ist da abhauen? Kommst du hoch? Ja, ich bin oben. Ah, der ist auch dumm, unterstützt alleine. Hast du mir ja. So, als wir haben wir auf die Fähigkeit nicht klagen. Weg ist auch. Schon wieder. Geil. Bam. Oh, hallo. Komm ran. Okay. Ist natürlich sneaky, Alter, das ist die Unsichtbarkeit. Was ist eigentlich, also irgendwie, ein Held ist da und ein Held ist nicht mehr da und... Ja, das ist der Malfurion. Ja. Läuft. Alter Junge. Ist auf jeden Fall heftig. Oh mein Gott. Ist natürlich mies, wenn da zwei, also Jaina und die, wer ist das? Nova. Meine Güte. Da. Oh mein Gott, hier ist noch ein Muradin. Oh, wo kommt ein Er her? Alles klar, mach gut. Ja, ich renne mal schnell weg. Alter. Wir sind schon mal ganz leicht hier platzt gerade. Peng, warst du weg. Das war heftig. Akkurat, wo muss das sein? Schreien wird aktiviert. Pass auf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin tot. Ich hätte eine Sekunde früher sahen müssen, pass auf. Geht weg. Aktiviert den Schreien. Hallo mein Fugion. Ich habe irgendwie keine Lust, schon wieder gegen Jaina zu spielen, ey. Ich weiß auch nicht. Das ist so hässlich, oder? Oder? Ja. Ich meine, sie ist echt kacke. Was meint ihr hier eigentlich? Ja, das ist ein Spielbild oder sowas. Ja, hier, das hier meine ich. Ah nee, Alter. Da haben wir letzt mal richtig auf den Sack gekriegt. Ja, kriegen wir wahrscheinlich wieder. Kann sein, muss aber nicht. Geh auf die Jaina, geh auf die Jaina. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Jo. Komm hier, hör den Muradun noch. Muradun? Nein. Ey, das sah richtig cool aus. Voll episch, die Kampfzähne. Du bist richtig reingesprungen. Und in dem Moment, wo du aufgebreit bist, bist du explodiert. Ah nee. Hallo, was macht der Muradin? Hallo, da oben. Muradin? Nicht? Hallo. Hallo? Der Muradin ist voll grenzte Bier, Junge. Ja, verstehe ich nicht. Der macht ja auch nichts. Der macht hier ganz friedlich die Wave weiter. Ehrlich? Ja. Alter, was ist mit ihr, Junge? Ähm, ich werde gerade irgendwie vermobbt. Alter. Das war ein schlechter Scherz hier. Ey. Oh nein, ich bin schon wieder gestorben, Alter. Okay, die Runde ist echt, äh, tricky. Ey, die ist voll berg. Ja, weil wir uns um drei sind. Na gut, wir sind auch drei. Ja. Aber wir haben... Äh, mein Furion. Ja. Aber der könnte uns ruhig mal heilen. Ohhhh... O-oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter, was ist mit dir? Ah, der boxt mich ja ins Leicht. Oh, mein Gott. du bist gestorben ich starbe auch gerade ich krieg gerade voll aus maul ja die raschen hier oben durch können wir ruhig mal ein bisschen ja helfen das hätte dann davon ja nein jetzt haben sie mich ach man ja siehst du kinschig geil bei der muhr die achte mal fuhren wir mal gut war nicht dein ernst ich habe richtigen hals gerade wieso ja die ist mega bist du noch da ja wo soll ich sein kommst du mal kurz hierher zum camp ich bin auf dem weg ich fliege geschwind ich versuche nämlich gerade hier ein bisschen schreien und aktiv wenn wir so weitermachen wie jetzt eben nicht obwohl kommen wir hoch hier ist ganz schlecht sind ja alle in der mitte alle ja ich glaube ach so na gut ok ja verständlich ja weiter die nova macht aber auch ganz leichten schaden ja nur ein bisschen geht eigentlich krank ja hat ja schon 21 22 alles klar wir haben zwei läuft ja das kämpft und dann das kämpft der macht aber auch mächtig schaden so jetzt ist camp wo war denn macht ne ja alter was ist denn hier los haben die das hier rochen ja ich weiß auch nicht also das lässt mich gerade ein bisschen zweifeln ja aber jetzt kriegen wir alle einen nach dem anderen ich bin da ich bin da ich komme nein nicht sterben ne scheiß hat immer früher und hat auf jeden fall richtiges dorf internet das das ja er ist auch wieder da also ja aber in zwei sekunden nicht mehr warte 1 2 oh lass mal hoch hin ja so alle hoch bitte die sind schon wieder alle da oder ne die sind unten ok das ist ok aber da kommen sie da kommen sie ja ja ok ich bin schon tot easy passt halt auch muss die waller einfach weg hey kommt ja eigentlich mal wer hoch nö die sind bei alle bei den anderen sind unten ey ach nein alter ja da haben sie den nächsten ja schön ach man das muss doch nicht sein man ich hab so Bock gehabt zu gewinnen ja ich auch aber wenn die nicht irgendwie mitmachen oder so und die ganze Zeit da unten bleiben ja kannst du auch nichts machen ne kannst du auch nichts machen alter ja guck mal hier die motione übel durch also geil ja ja achats verschen hey man doch der furion da chillt ja auf jeden Fall extrem jetzt wo alle tot sind kommt er ja ja ich weiß nicht also ja alle sind tot und jetzt geht der muradier der bei furion rein so kann man furion ist wieder weg ja geil läuft würde ich sagen schaffen wir easy camp ja will mir wer helfen ja ich helfe dir auch ein naja ok wo das und noch holen ja der mir ab kein bruch gerade gehört dann kommen die bestimmt welche an die markt ja alle natürlich bief da sind also schon da ist auch schon der erste und kumpel drauf 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 alter was ist wenn man das es geht gar nicht du suchst die jana schreiber sind aktiv ja ja ich bin betäubt ich kann nicht weg ich versuche da ich lasse mich doch mal durch ja 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 ich bin weg ja ja kann ich mir voll und ganz verstehen hm nicht so cool bis jetzt nicht ne ne ich glaube nicht ne mach doch hier noch ein buch ne ne jo haben schon wochen schreien geholt bis er nicht besucht nein alter ich komm da nicht weg ich bin auf jeden fall jetzt wieder da sehr gut ich krieg auf den sack sehr gut jana ist auf jeden fall mächtig ja das ist echt macht so einen schaden ich komme auch so vor als ob ich gar keinen schaden machen kommen heute hinweg hier sauber das letzte mal furion kein mann mann nova nova was noch welche nova denn heute teilt sich der gläubt kommen ja die müssen wir jetzt wenigstens noch weg haben ja ja was ist es ist aber um sie vor warum auch immer durchgebrochen na da war die lager geholt zwei stück hintereinander könnte man eigentlich mal das lager wenn eigentlich schon versucht man zu sterben ja ich versuche wirklich gerade weil ich kann man das schaffen das ist nicht unmöglich eigentlich nicht ich komme zu euch ja wir kriegen hier auf den sack gerade kommen am besten nicht her geh weg geh weg haben wir fuhren das weg naja wollen wir runter oder nicht kommen wir aber ich weiß nicht ob das viel bringt naja ich auch nicht ja ich weiß nicht ob wir den hier irgendwie weglatschen sollen irgendwie versuchen oh der ok ja ich bin auch tot hier ach man ich war das auch tot ja ihr seid alle tot stimmt nur noch du bist da läuft ja warte die haben den schreit geholt ne die holen sie ja jetzt so naja guck dir die jana an die alleine hier ist ja die macht's alleine wie ne macke ist ja ja das problem ist die macht die gleich alle platt ja ja und jetzt alle und zack ey ich könnte kotzen alter das geht gar nicht chillig ja naja war auf jeden fall knapp ja war auf jeden fall knapp ey naja ein camp und so auch noch gleichzeitig läuft naja wenn schon wenn schon oh alter vor allem ist der muradi noch einmal weg wird so ne ja ja das kommt doch dazu bin bald wieder da keine sorge oh alter was ey oh nein ey guck mal da kommen zwei camps noch in der mitte alter oben kommt auch noch eins läuft alter läuft so ich guck mir jetzt ganz entspannt an wie wir hier aus von sakri alter drei stücke unten alter guck doch mal da unten sind drei helden da kommt zwei camps da kommt auch noch ein camp läuft alter und wer lebt von uns petty ja kein problem ich mach das petty du musst unten defen ja petty aber oben noch ein camp hier ja ich def in der mitte das ist das einfachste glaube ich die nova kommt die nova kommt zu dir vorsicht ne man doch hinter dir ich renne ah die kriege ich sie mach ich platt jetzt teilt sie sich ja ist mir egal ok vorsicht malfurion und äh feilstadt oder wie auch immer heißt hier ist ja feilstadt die kommt jetzt auch zu dir ja ist mir egal ich mach dir jetzt platt ja ok hey leck mich doch du hast also nicht geschafft doch ich hab zu schaffen ok wenn wir jetzt eigentlich gerade oder ja warte gleich oh gott oh gott alter alles klar und tschüss jo ich muss erstmal sagen wir haben eigentlich an süd gekämpft aber auch nicht heute ja hehehe heute ist äh nicht unser tag ne wie ist alter letzte woche so schön gewonnen ja ja und heute ja das schaffen wir noch ja warte ich leb gleich in 33 Sekunden wieder der ist nicht ich auch und dann ist los gucke siehste easy schaffen wir noch aber drücke ich lang so warte 17 hier ist noch ein camp ja dass er uns gerade angreift ja weil er ist erstmal schon mal tot oh nein jetzt hab ich mir ein schutzschild gegeben weil ich eigentlich noch auf wen wollte sicher ist besser so und jetzt lebe ich jetzt wird gerippt endlich jetzt ist los naja jetzt mach ich alle nackig boah ich hab angst echt ja krieg Panik zack zack warte mal die holen den Schrein ja die holen glaub ich alles ja wollen wir da hingehen oder wollen wir einfach sagen ja geben auf oder kann man nicht aufgehen guck mal alter haben wir locker geschafft lass mal oben das camp holen naja man kann nicht aufgehen ach schade welches camp ach da wo ja alles alle camps das machen die gegner schon für uns ja akkurat ach fuck jetzt ist los jetzt wird lustig ne mann ich renne jetzt durch ja mach ganz sneaky jetzt wie den ja und äh genau so ich versuche ein bisschen Zeit rauszuschlagen alles klar ich mach das jetzt so ja ok ich halte die hier alle ja schaffst du das oder ja natürlich soll ich helfen ne brauchst du nicht ich mach das gut alles klar das sind nur vier mann und alles klar ja und hier vorne ist ok ich bin nicht dort Patrick kannst du mal nach hinten kommen äh hat's ja nichts ich brauchst du langsam ok leute tut mir leid jetzt für das spiel wirklich kannst du ja nichts für das du nicht so schnell hinten warst sonst hätten wir es nicht schafft ja ne aber mal ehrlich ne es war Berg kannst du ganz ruhig sagen ja es war Berg aber naja ach naja wir müssen wir ja auch wir müssen denen ja auch mal ne Chance lassen ja das stimmt natürlich ja das stimmt mein spielergebnis kommt nicht aber es war ein geiles spiel ja für die Gegner auf jeden Fall ja na gut ähm wenn es heute nichts war denn nächstes mal das verspreche ich euch wieder stimmt hast du es jetzt mal gemacht? ne habe ich nicht oha das ist ein Zeichen hm ok also nächste Woche gewinnen wir ja wir sehen uns bis dahin viel spaß macht's gut ciao macht's gut macht's gut tue